Die drei Fragezeichen-Kids Folge 95 Geheime Zeichen Hey, seht mal wer da kommt. Kommissar Reynolds mit Blaulicht. Der hat es aber eilig. Mit hohem Tempo raste ein Polizeifahrzeug auf die drei Fragezeichen zu. Hinter dem Steuer saß tatsächlich Kommissar Reynolds. Direkt vor ihnen kam der Wagen nach einer scharfen Bremsung zum Stehen. Hallo Jungs. Hallo Kommissar Reynolds. Was macht ihr denn da? Meine Tante hat uns gebeten, den Zaun des Schrottplatzes neu zu streichen. Meint ihr, sie hätte etwas dagegen, wenn ihr eine Pause einlegt? Bestimmt nicht, wenn Sie sie darum bitten. Das werde ich sofort tun. Wartet ihr auf mich. Moment. Der Kommissar gab Gas und fuhr mit quietschenden Reifen durch das große Eingangstor auf den Schrottplatz. Aus der Ferne bekamen die drei das Gespräch auf der Veranda mit. Werte Mrs. Jonas, könnte ich mir die drei Jungen bitte für den Rest des Tages ausleihen? Mein lieber Sergeant Bofinger ist zur Zeit im Urlaub und ich brauche dringend ein paar fleißige Hände, die Papiere für mich sortieren. Na, wenn sich die drei bei der Behörde nützlich machen können.